Hey yo und wie geht es euch meine Performa? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Fortnite Video. Heute sehen wir uns alle Kameras für die Herausforderung Ganze vor verschiedenen Kameras an. Vergesst nicht das Video zu Deinem zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Für mehr Videos könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Vergesst dabei nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Ich blende euch die Karte ein, wo ihr die Kameras finden könnt und zeige euch noch, wie ich sie geholt habe. Gut gut, das war es auch schon wieder mit diesem kurzen und knackigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem saftigen Daumen nach oben und wenn ihr hier neu auf meinem Kanal seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich für ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, wenn ihr immer wissen wollt, wenn ein neues Video online kommt. Deilt das Video mit euren Freunden, Nachbarn, Bekannten und Verwandten und natürlich mit eurem Haustier. Das war es von mir. Danke fürs Zusehen und euren Support. Macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute. Ihr wisst was jetzt kommt. Performance Out. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020